Die Züge sind der Verpackung überdimensioniert. Da reichen ganz kleine Dinger, 52. Neue Spiel gestattet und erstmal die Stadt gefunden, wo dein Amt sitzt. Oh, da müssen wir noch einiges machen hier an der Optimierung. Noch viel dran rumpfeilen. Eine ganze Menge, was hier Minus ist. Wo hier mit 10 Millionen und 12 Millionen auch einige dabei sind, die gut Geld machen. Weißensteinbaumaterial hier. Unter anderem. Ja, ich mag den Amt. Das ist eigentlich ein schönes Teil. Aber ich glaube, da müssen wir Tatsache 61. Die müssen wir Tatsache austauschen. So, dann ist die Strecke hier gar nicht. Da wird niemals Plus einfahren. Preis-Leistungs-mäßig ist er, glaube ich, am besten hier. Und dann Lebensmittel. Was haben wir gesagt, wie viele brauchen wir denn? 72. 70. Dann reicht das hin nur. Das würde ich behaupten. So, Teoran Styler macht mir auch noch ein bisschen Sorgen. Teoranalyse, wer mich aus dem Pod kommen hier. Produziert 200 und versendet 200. Der produziert aber nur 100. Warum? Wo bleiben die anderen 100 Einheiten? Aber Zweifel, einmal Lebensmittel brauchen. Okay, okay, okay. Ich verstehe, ich verstehe, alles gut. Entschuldigung, wir haben es vergessen. Kann ja mal passieren. Gemüde, nehmt es mir nicht jubel. Na gut, lassen wir das mal einen Moment laufen. Soll ich mal ein bisschen einspielen? Webelin. Webelin ist schon mal runter. So, Kapelsikow. Das war die Linie hier. Die will auch noch nicht so wirklich aus dem Knick kommen. Kapelsikow, 29. Ungefährt. 5. Und jetzt nächste Fülle. So. Dann nehmen wir hier. Dann nehmen wir hier. Einfach mal den, dem Teoros sein Lieblingsauto. So. Schmeißen wir sie rein. Mal gucken, wie es jetzt aussieht. Wir werden aber wahrscheinlich auch eine Doppelstraktion brauchen, oder? Ne, 25. Der fährt so durch die Gegend. Das passt. So. Ihnen hatten wir gerade schon. Bei dem Baumaterial ist ein neu. Kapelsikow ist jetzt ein neu. Ok. Winschbach-Lebensmittel. Mal gucken, was wir da machen können. Wie steht denn hier Winschbach? 62. Mitnehmen könnte er... 78. 84. 144. Nein. Nein, das war falsch. Fortsack verwalten. Das war zu, ne? Ja. Dann hatten wir euch da hinten dran. Hier waren insgesamt 4 statt 6. Mal gucken, ob es was wird. Wenn wir da ein bisschen Betriebskosten durch die Waggons einsparen. Der kann auch über 100 mitnehmen. Ist vielleicht auch ein bisschen zur Fülle. Wie viele sind, hier, zum Beispiel und nicht. Das ist auch für neue grünen. Das war die Fülle. Die Fülle. Die Fülle... Das ist einfach so, dass man ein paar Anhalte aufsteht. Der war bei der Fülle. Du bist das auch nicht. Na, wo ist er denn? 2 Millionen im Jahr. Du hast das. Sollte der einen Schauen wir mal. Linchen Kraftstoff. Ist das bei dir verkehrt? Du müsstest doch eigentlich laufen ohne Ende bei Linchen. Die produzieren ohne Ende. Hier bleibt auch nichts stehen. Aber die brauchen auch. Hier stehen die Lkw schon gerade im Stau. Die Straßen hatten wir erst vergrößert. Damit das nicht mehr passiert. Und was ist? Machst du größere Straßen? Da fahren mehr Autos drüber. Das ist eigentlich nicht der Plan. So, die arbeiten eigentlich alle schon an der Obergrenze. Da geht es nicht weiter. Dudeldorf hat auch nur die Hälfte von dem was sie brauchen. An Treibstoff. Wenn wir noch irgendwo mit Treibstoff herklingen. Dass wir die Städte mal vollgepumpt kriegen hier mit Treibstoff. Das wäre dann beispielsweise. Ne, funktioniert nicht oder? Doch. Könnte klappen. Wenn wir von dieser Quelle hier rüber ziehen. Und dann hier runter. Weil die liegt ja hier brach. Die arbeitet ja nicht mit. Aber die ist mit angeschlossen am Bahnhof. Gleich haben wir hier auch noch zwei hier frei. Der könnte also eigentlich ganz schön funktionieren. Aber wir werden das mal ausprobieren. Gut. Dann nehmen wir aber wieder den großen Führer. Einer reicht. Reicht einer? Ja klar. Endhaltestelle quasi. So. Geht dann hier rüber. Ja komm, du kannst es schaffen. Na, wo müssen wir hin? Dass du Kontakt kriegst. Die ist hier oben. Das ist jetzt suboptimal. Drehen wir dich mal um. Wirds auch nicht besser. Da wirds auch nicht schöner. So. So. Dann bauen wir dem Ding einfach mal die Straße. Damit der schöner ist. Wenn das funktioniert. Ja. 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 So. Gehen wir noch ein bisschen weiter runter. Einfach nur um zu sehen wie weit wir jetzt weg kommen, damit wir den Bogen nicht allzu scharf machen. Ja. Der ist immer noch Mist. Der ist immer noch vollkommen Prothese. So. Und dann gehen wir hier direkt drauf. So. Und dann gehen wir hier direkt drauf. So. 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 Dann wollen wir nämlich Dort einmal gehen. Dort einmal hin. Dort einmal hin. ich sehe es schon kommen das wird ein richtiger krampf dort einmal hin ja, obwohl könnte noch funktionieren ist ein bisschen duft, dass man das immer so schlecht dann sieht hier in dem tunnel versuch zu bauen das müsste soweit eigentlich funktionieren so, der damen oben ist weg dann ziehen wir nach... wo waren wir denn? dort da müssen wir hin da müssen wir hin da müssen wir hin na komm, geht auch da da kann ich auch schon die Zoll gesehen ja, naja na na so, hier machen wir einen fixen Seitenwechsel so, du willst da dran den hatten wir noch nicht den hatten wir noch nicht oder nicht so oft hier müsste eigentlich wieder einseiten wechseln denn lassen wir jetzt aber einfach mal so, das heißt, du kommst hier raus, fest hier lang du kommst hier rein, dann musst du so hin du kommst hier raus, du willst hier kreuzen und hier ist genug Abstand gut gut ich bin mal gespannt ob er ungefähr das macht, was ich will um 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 das 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 da das das die das 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 das